Friss den Decoy. Oh, beide angelockt, Goethe! Alter, dieser Skill, ja? Dieser Unglaubliche! Ja, die Community wird sich wieder bedanken, ja? Wenn sie irgendein Schutzpatronenbild wegen mir bekommt. Ich hab vielleicht wieder Maß gemacht. Bist du überhaupt? Ich bin hinter dir, Mann. Alter, ich hab nur dein Bildchen gesehen. Dieses Klo-Männchen über deinen Namen. Scheiße, da kommt der Night Stalker. Nein, Goethe, er nimmt dich. Er nimmt dich. Er wird dich nehmen. Er wird dich nehmen. Ach, komm. Wir werden den Noob. Ja, ja, den... Denkst du, okay. Danke. Wie? Er hat mich nicht mal am Ansatz gesehen. Er hat er gepresst wie so ein Bär. Das ist noch eine Challenge, Goethe. Das ist dein Lappen in einem Spiel-Trip-Land. Dann rein! Jaaa! 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 Du Lappen! Lauf in meine Booby-Trap, du Lappen! Warte. Jaaa! Naahha! Jaaa! Nein! Wooms! Da liegt ne Booby-Trap im Fenster. Geil, Goethe! Nein, Booby-Trap! Oh neiii! Was machst du eigentlich? Ja, scheiße. MPC du holen. Naja, komm, erzähl mich. Du hörst doch, was die Frau sagt. Ich hab's nicht so mit auf Frauen hören. Oh du scheiße, ich hab keinen Freund. Goethe, ich brauch dich mal als Opfer. Ich hab dir geholfen. Ich danke dich bei mir. Auf die Knie. Ach, leck mich. Nicht heute. Nein, ich hätt'n Fokus bekommen. Oh. Danke Goethe, du bist so zahlt. Warum nimmt der denn immer... Ihr Team hat verloren? Ich wollte dir nicht hochhelfen. Ich wollte den Ground Finish haben und nicht dir hochhelfen. Yeah! Ja, Goethe. Kannst du überhaupt irgendwas richtig machen? Meine Goethe. Ich helf dir auch nicht auf. Das war die Voll. Fuck ey. Goethe. Kannst du mich rollen? Du hast mir ruhig hochhelfen gesagt. Nö. Ich nur den Seiler. Goethe, hör auf mir auf zu helfen. Mach das nur, weil ich dein Freund bin. Komm, erzähl doch keine Märchen. Schreib ein bisschen mehr Gedichte. Nicht runterneifen. Runterneifen ist ein Flöt. Nein! Nicht runterneifen! Ja! Er ist in die Booby Trap! Was für'n Drops dann? Ladies and Gentlemen, es ist Blue Suncatcher. Er ist das. Er nimmt natürlich die Zeus. Ist... Oh... Ja, wipe nichts. Ja, und er nimmt noch, man! Das ist ein Double-Civi-Kill, man! Früher waren's randoms, dann waren's Moons. Heute... Das taucht nicht. Genau. Portobello, warum nicht? Gibt's überhaupt irgendein Spieler, der diese Karte mag? So, das wird jetzt unsere Map. Ja, hab ich auch nicht bekommen. Ich hab's vergessen. Wir haben schon wieder verloren? Ich hab möglicherweise sogar Lappen. Lappen ist ja ein Prädikat, dass nur TCG Gegner bekommen oder TCG Mitglieder selbst. Die Challenges in diesem Mode. Fokus, Mann! Nein! Nein, du Lucha! Ich wollte deinen Fokus! Ja, Fokus wäre jetzt eins, ne? Nein, Mann! Ja, sehr gut, Mr. Pizza-Pasta. Pass mal auf, du Lappen! Wenn wir auf den Fokus gehen, dann hast du die Klinge stillzuhalten. Och, nö. Ist das ein Scheiß-Spiel, ich hasse es. Manhunt ist doch was für Leute, die keine Eier haben, wenn's mal ehrlich. Da ich Eier hab, fail ich hier rum wie so'n Lappen. Ja, ich würde eher das Gegenteil brauchen. Scheiße, verlieren wir? Ja. Ja, auch so. Wir gewinnen. Ihr Team hat gewonnen. Pass auf. Eins. Null. Scheiße. Was ist das? Alter! Fokus! In deine Fresse!